So, ihr Lieben, mein lieber Bruder, der Mugl, hat mir da was vorbeigebracht zum testen. Er hat gesagt gehabt, das soll mega gut sein. Erdberg Kiwi, neuer Energy Drink in Österreich, Austrian Devil. Also zur Dosen, zum Design, ich feiere es einmal extrem. Also das Design ist mega, feiere extrem. Die ganzen Zusatzstoffe, beziehungsweise alles, was da so drinnen ist, was da enthalten ist, schockt mich jetzt überhaupt nicht, dass 11 Gramm Zucker drinnen ist, ist ganz normal. Das sind einfach die Energy Drinks. Es wird dann sicher in geraumer Zeit einmal eine Zero-Version geben. Hab noch nie das getrunken. Ja, wird es geben. Hab ich jetzt gerade eine Live-Information reingekriegt, es wird eine Zero-Version geben. Ich werde es jetzt kosten. Noch einmal zur Erinnerung, ein Energy Drink Erdberg Kiwi Geschmack. Es gibt auch dann andere Geschmacksdritte. Was mich jetzt total verwundert, ist das, es poppt nicht im Mund. Sprich, man schmeckt den Zucker nicht raus. Normalerweise, wenn du einen Energy Drink, ich will jetzt keine Namen nennen, trinkst, wo auch 11 Gramm, 15 Gramm, whatever drinnen ist, den Zucker, und du trinkst das, gleich danach hast du alles geschluckt, dann hast du so einen poppigen Mund zu. Und das ist da absolut nicht, im Gegenteil, geil, absolut nicht übertrieben, wo du denkst, oh, ist das süß oder so. Null, überhaupt nicht übersüß, im Gegenteil, es schmeckt schon geil, es schmeckt schon geil. Und es ist so prickelnd, sondern das ist richtig geil. Ich feier das, das ist richtig geil, das ist echt geil. Da ist richtig geil. Hi, ähm, Schatz, koste mal. Ah, jetzt meine Frau. Jetzt passt auf. Ist gut, habt ihr gehört, ist gut. Sag nicht zu jenen, die sind selten. Ist gut. Ist gut, oder? Ist gut. Also. Wo wird das Produkt kommen? In Linz. In Linz beginnt. In Linz beginnt. Ja. Und Freunde, da für meine Leute, das ist die Liste, das ist die Liste, wo es überall gibt. In Linz ist alles Österreich. Seid ihr es in der Nähe? Wer es probieren will, geht es ein in das Geschäft, gönnt es euch das, holt es euch. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Freunde, Austria Devils, einfach eingeben, Austria Devils in Google und Jalla findet es. Oder auf Instagram oder am TikTok. Ja. Also, das war mein Video zu dem Drink. Ich feier es, Muggel, danke. Also zu 100% aus Österreich. Also Freunde, gönnt es euch. Also, mir schmeckt es. Echt. Austria Devils. 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 Austria Devils.